So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Jetzt im Anschluss werdet ihr gleich einen Live-Commentary sehen, in frei für alle. Der Grund, warum ich nicht direkt vom Video aus jetzt aufnehme, halt, also direkt live, halt, ist, weil die Elgato irgendwie den Anfang verspackt hat. Keine Ahnung, was die da gemacht hat. Also die Aufnahme, die war da richtig verzerrt, der Spielton. Stimmt jetzt gerade auch nicht überein irgendwie mit dem Bild. Und ja, jetzt schaue ich mal, ob ihr das noch hinbekommen oder einfach ohne Spielton machen und Musik. Hintergrund auf jeden Fall würde ich das Video jetzt einfach hochladen, Leute. Schaut es euch an, ich habe keine Ahnung, was die Elgato da falsch macht. Aber ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, Leute. Haut rein und gönnt euch. Oh, du heilige. Läuft hier rein. Gut. Hab ich. Hab ich. Warum habe ich kein Haste, äh, kein Orbit drin. Leute, man. Alter, warum habe ich kein Orbit drin? Das fuckt mir jetzt richtig ab. Ich hab fucking... Nein! Oh Gott, zack hier. Welche holen wir denn den hier? Ich hab gerade vergessen, wo man die Rakete beschleunigt. Und dann war es eigentlich auf L3 anstatt R3. Hab es aber vercheckt irgendwie. Oh mein Gott! Was geht denn da ab? Vor allem, wir sind beide down. Was? Wie kann der mich holen? Ja, nie, Alter. Gut, der war ein lebender Tote, ohne Scheiß. One hit. One hit. Down. Das Game läuft eigentlich ganz okay. Aber ärgerlich. Was geht bei dem? Ärgerlich, dass ich gestorben bin. Ohne Scheiß. Und der Tod war wieder sowas von unnötig. Das kann mir ja keiner verzählen, ey. Wo ist er? Wo ist er? Was ist das für ein Scheiß-Arschloch? Wenn der mich holt. Alter. Hier überall schwirren so Viecher rum. Nicht mehr feierlich. Was? Ich dachte... Oh Gott, ey. Der gibt mir einen halben Turn-On. Du, der Rain Force, Alter. Jetzt mach dich ein auf Ernst. Servus. Der kommt da. Natürlich kommt er da. Alter. Oh Gott, das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Der wusste halt, dass ich da wieder lungere. Ach, du Heilige. Oh Gott. Ah, Leute, Alter. Unnötige Tode kassier ich hier. Aber schon wie unnötig wieder. Ziehen wir mal die ICR hier. Oh, ich hasse das, wie sie irgendwie richtig komisch von der Waffe. Was ist denn bei dir? Alter. Junge, Alter. Was ist denn... Ich hasse die Teile. Ohne Scheiß. Oh Gott, jetzt hat... Das ist so ein Spacko. Konter oben. Meine Fresse. Komm, Last Kill This Grenade. Noch so halber. Ich wollte eigentlich noch hinrennen und messern, aber... Was soll's? Mein Gott, was soll's? 30, 10 Leute. Kann man lassen am Anfang so richtig minderwertig gestorben. Warum ist der Orbi nicht drinnen? Ohne Scheiß. Ich hab Orbi dauerhaft freigeschalten und den drin. Warum ist der Orbi nicht drinnen, Alter? So ein Abfuck. Ohne Scheiß. Ja, Leute. Dann war's das mit dem Video. Lasst den Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Haut rein und... Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.